Herzlich Willkommen, schönen guten Abend zur Pressekonferenz in der Leipzigis-Eis-Arena. Nach dem Heimspiel der Exer-Eisfälle ist Leipzig gegen den Herrn 1V mit einem Endstand von 3 zu 7. Herzlichen Glückwunsch an unseren Gästecoach Danny Halbrecht zum Sieg. Und herzlich Willkommen auch Sven Gerlicke, unseren Coach. Als erstes wie immer die Zusammenfassung vom Spiel von dir, Danny. Schönen guten Abend zusammen, danke für die Glückwünsche. Als erstes bin ich zufrieden mit den drei Punkten und vor allem mit meinem Powerplay heute. Aber das Ergebnis spielt nicht das Spiel wieder. Ich glaube, das was der Schiedsrichter am Anfang uns hat mal gehen lassen, beziehungsweise für uns nicht gepfiffen hat, hat am Ende sinnlos gepfiffen und dadurch das Spiel, was heute eine sehr, sehr hochkariertige Spiel für eine Oberliga war, sehr schnell, sehr intensiv, was meiner Meinung nach auf Irmöhe war, am Ende so entschieden. Ja, wie ich gerade gesagt habe, bin ich sehr glücklich über die Punkte. Aber da spiegelt nicht unbedingt den Spielverlauf wieder. Danke. Jetzt eine kleine Frage hinter die Kulissen. Jetzt war es eine besondere Woche. Ihr habt den, euer Co-Trainer ist quasi der Bruder unseres Trainers. Wie ist so die Vorbereitung diese Woche gelaufen? Gab es da irgendwie andere Geschichten, die ihr da machen konntet, weil ihr ein bisschen Insiderwissen hatte oder war das einfach durchgezogen für ihn? Ich kenne ja beide und beide gönnen sich nichts. Von daher, ich glaube, Lars war die ganze Woche schon nervös, wenn ich das so sagen darf. Er hat sich sehr gefreut auf das Bruder-Duell und ich glaube, den Sieg, den hat er sich mehr gefreut, wenn er so ausgefallen hat, wie ich es gerade wieder gespiegelt habe. Aber am Ende muss ich meinem Co-Trainer gratulieren. Ja, herzlichen Dank. Und jetzt natürlich auch von dir, Sven, bitte die Einschätzung zu spielen. Hallo zusammen. Schwierig heute. Ich denke, wir haben, wie der Richard sagt, Glückwunsch natürlich zum Sieg. Wir haben ein sehr, sehr hochklassiges Spiel auf beiden Seiten gesehen. Wir haben zwei starke Mannschaften gesehen, die sich gar nichts geschenkt haben. Meiner Meinung nach mit leichten Übergewichten, mit Verlauf des Spiels, mit leichten Übergewichten auf unserer Seite. Wo ich sehr, sehr stolz bin. Ich habe nicht meiner Mannschaft gesagt. Ich bin unheimlich stolz darauf, wie wir da gegen so eine Mannschaft gespielt haben. Von daher, Respekt, Hut ab und über die letzten zehn Minuten im letzten Drittel sage ich nichts. Danke. Gut, dazu hätte ich dich jetzt gefragt. Aber wenn du dazu nichts sagen möchtest, dann sag du doch mal, wie war das für dich diese Woche? Mit jetzt deinem Bruder hier in der SRNA. Wie hast du dich vorbereitet? Ja, das ist natürlich was Schönes und immer was Interessantes. Wir kennen das auch als Spieler. Wir haben auch gegeneinander gespielt. Ja, mein Gott, im Endeffekt ist es so, wir kennen uns, wir wissen, ich habe letztes Jahr auch bei den Playoffs, wir hatten ja leider genug Zeit, uns andere Mannschaften anzuschauen. Ich habe dann auch Herde spielen sehen und ich kenne auch den Denny gut und ich weiß, wie die ihre Mannschaft vorbereiten. Und von daher gibt es keine Geheimnisse. Ich glaube sowieso, dass in der heutigen Zeit mit den vielen Videos, die man überall sehen kann, die Geheimnisse nicht mehr so groß sind. Deswegen lohnt sich auch ein Geheimnistraining nicht. Und von daher, für uns war klar, wir ändern nicht unsere Taktik, weil die beiden genau wissen, was wir spielen und jetzt machen wir plötzlich alles ganz neu und ganz anders, sondern wir wollten genau unser SRK spielen und ich glaube, wir haben das über 50 Minuten sehr, sehr gut und intensiv gemacht. Und wir haben gesagt, wir können mit jedem Gegner in dieser Liga mithalten und auch wenn das Ergebnis jetzt ein anderes ist, glaube ich, haben wir gezeigt, dass das nicht nur ihre Worte sind. Und deswegen nochmal ganz deutlich, ich bin sehr, sehr stolz darauf, wie die Mannschaft auch an diesem Wochenende gespielt hat, auch wenn es in Hamburg mit 0-2 eindeutig nicht das war, was wir uns vorgenommen hatten, aber auch da waren wir die überlegene Mannschaft und die Jungs arbeiten fleißig und hart und haben so ein Ende wie heute nicht verdient, aber das werden wir uns halt in Zukunft wieder neu erarbeiten. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen seitens der anwesenden Presse, wenn sie irgendwo stehen? Martin schüttelt mir den Kopf. Martin schüttelt mir den Kopf. Gut, dann gibt es keine Fragen. Dann bleibt uns euch eine gute Heimfahrt zu wünschen. Viel Glück am Freitag gegen Hamburg. Und wir sehen uns hier wieder am nächsten Sonntag gegen die Hannover Scorpions. Bis dahin, gute Trainingswoche an euch. Ihnen auch eine schöne Woche und bis dahin schönen Abend. Vielen Dank.